Deine Stimme wird automatisch immer wieder in der Lautstärke verstellt, egal ob es in der Telefonkonferenz ist, in Skype oder in Steam. Ich zeige dir, wie du dieses Problem lösen kannst. Die meisten Softwarepakete wie Steam oder Skype haben dafür eine Einstellung, die zeige ich euch jetzt mal kurz. In Skype ist es zum Beispiel so, ihr geht hier auf die Einstellungen, dann geht ihr in die Audio- und Videoeinstellungen, scrollt hier runter und dann seht ihr hier eine Einstellung, Mikrofoneinstellung automatisch anpassen. Wenn ich die deaktiviere, dann kann ich das hier selbst festlegen und dann passt ihr die Lautstärke eben nicht mehr automatisch an. Ganz einfach, so löst du das in Skype. Die automatische Lautstärkeregulierung in Steam, die ist ähnlich. Da gehen wir hier unten rechts in der Ecke auf Freunde und Chat. Dann haben wir hier das Freunde-Fenster, dann klickt ihr hier das Settings-Zahnrad an, dann geht ihr auf Sprach-Chat und dann scrollt ihr hier runter, da könnt ihr erstmal die Lautstärke und so weiter verändern. Push-to-Talk, Push-to-Mute, offenes Mikrofon, darum geht es aber nicht, denn es gibt hier ganz unten noch erweiterte Einstellungen. Die öffne ich jetzt auch wieder und da gibt es verschiedene Filter, Echo-Kompensation, Geräusch-Underdrückung, aber auch hier die automatische Lautstärke- und Verstärkungsregelung, die kann ich auch hier deaktivieren. Damit die Anwendung aber überhaupt die Lautstärke verändern können, gibt es hier eine globale Einstellung. Dazu rechts klicke ich auf das Lautsprechersymbol und Audiogeräte wählen. Hier sehen wir jetzt die Audio-Einstellung für die Lautsprecher, also die Wiedergabe und die Aufnahme, das sind zum Beispiel Mikrofone. Ich klicke jetzt hier auf den Reiter Aufnahme und hier sehe ich das Mikrofon, das ich gerade nutze. Doppelklicken, da sind die ganzen Einstellungen drin und hier sehen wir unter Erweitert folgendes. Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät und Anwendungen im exklusiven Modus haben Priorität. Wenn ich das deaktiviere und übernehme, dann können die Anwendungen auch nicht mehr automatisch die Lautstärke anpassen. Das ist quasi der globale Schalter, der das überhaupt ermöglicht. Also prüft auch, ob ihr den vielleicht eventuell auch noch entfernen solltet. Benutzt du ein normales Headset, das wäre in dem Fall hier Mikrofon bei mir, da habe ich mehr Reiter als bei dem oberen Mikrofon. Da sehe ich zum Beispiel die Pegelveränderung, ich kann die Mikrofonverstärkung einstellen. Es gibt hier auch noch verschiedene Verbesserungen, die kann ich auch alle deaktivieren. Und das ist hier zum Beispiel die Rauschunterdrückung, Nachhaltunterdrückung und der Konferenzmodus. Im Konferenzmodus macht er das auch ein bisschen lauter und macht die Tonqualität teilweise ein bisschen schlechter. Also prüft auch diesen Haken. Und dann gibt es noch eine Funktion, die nur bei manchen Headset verfügbar ist, die nennt sich AGC. Das blende ich jetzt hier mal kurz ein. Habt ihr diesen Tab und habt ihr das AGC aktiviert, auch dann regelt er automatisch die Lautstärke. Also wenn ihr das auch nicht wollt, müsst ihr diesen Haken auch entfernen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Hat dir mein Video weitergeholfen? Das freut mich dann auf jeden Fall. Also unterstütze meine Arbeit und lass ein Like da. Das ist ein Like da.